Die Titanic ist nach einem kurzen und schlagzeilenträchtigen Penisstreit wieder über den Plast. Wir möchten uns sowohl bei der Titanic als auch bei ihren Lesern, innen aufrichtig dafür entschuldigen, dass die App zwischenzeitlich nicht verfügbar war, sagte Google-Sprecher Alexander Bressel dem. Auch wir finden, Humor und Satire dürfen nicht untergehen, schon gar nicht in Deutschland. Neben seiner schriftlichen Entschuldigung gab der Suchkonzern außerdem eine Sorry-Karikatur in Auftrag, um sich für sein Fehlverhalten zu entschuldigen. Der Tech-Conzern hatte die App des Magazins im Januar aus dem Play Store vor Android Smartphone. Als begründeten führte Google das Dezember-Cover von Titanic an, das die Anstandsregeln verletzt habe. Das Titelbild der Ausgabe zeigt eine Zeichnung von Horst Franziskus mit einem Kruzifix im entblößten Hintergrund. Jesus mit Freilichem und B. Google habe sich an der Prefennidie in der sakralen Darstellung gestört, kommentierte die Titanic. Dazu oft die beanstandeten Motive sind wieder zu sehen. Nachdem die App zwischenzeitlich wieder mit entschärftem Cover freigeschaltet wurde, forderte Google die Löschung weiterer Titelmotive mit nackter Hau. Titanic-Chefredaktor Moritz Hürtgen drohte daraufhin Mitte Februar, die Plattform zu verlassen. Titanic wird sich nicht selbst zensieren. In dem verkniffenen Humor von Monopole-Wichsern in San Fernando Valley, e. Silicon Valley, sollte Google die Titanic-App nicht mitsamt aller Motive wieder freischalten, werde das Magazin den Store dauerhaft verlassen, auch wenn dies den Verlust digitaler Abonnements bedarf. Nach dem Comeback der App werde man Googles Aktivitäten weiterhin genau und kritisch beobachten, sagt der Möpben jetzt. Alle Titelbilder und Inhalte werden wie von uns verlangt wieder und sensiert angezeigt. Wir vermuten, dass sich Google eine längere Sperre für Titanic schlicht nicht mehr leistet. Einmal, der schon. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020